Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist Sommerpause. Für die meisten zumindest. Und das ist doch auch einfach einmal schön. Schönheit ist für mich etwas ganz anderes. Es ist eine seelische Ausstrahlung. Ach du mein Gottchen, was ist denn das wieder für ein Scheiss? Musik, tanzen, happy lit. Nützt es nichts, so schadet es nichts. Ja, und jetzt stehen wir also vor dem Sommer und fragen uns, jetzt, wo wir ja irgendwie wieder durften, haben wir vor lauter Pandemie ganz vergessen, wie das eigentlich geht. Was macht man denn mit so einem Sommer? Also ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Gut, wir können es ja mal probieren mit... Musik, tanzen, happy lit. Nützt es nichts, so schadet es nichts. Es ist genügend Unmut im Volk da, es ist genügend Frustration da. Ach du mein Gottchen, was ist denn das wieder für ein Scheiss? Ja, ein bisschen seich war er schon bis jetzt, der Sommer. Wenn man sich das Wetter der letzten Monate anschaut, da ist man nicht ganz sicher. Mal ist es 37 Grad, dann stürmt es wie in Oklahoma, dann hagelt es, dann ist es 0 Grad, dann schneit es. Sodass wir uns fragen, sagen wir mal, ist da jetzt Sommer in den Sahara? Ist es Herbst in Sibirien? Oder ist da jetzt einfach vier Monate lang April? Also ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Kommt schon eh nicht mehr draus. Ja, man könnte fast sagen, das Wetter der letzten vier Monate Sommer ist ein bisschen wie der Schweizer Bundesrat. Vor allem ein bisschen etwas dabei. Aber es ist nichts, was man jetzt vorhersagen oder erwarten kann. Ja, und es stimmt, es ist nicht ganz gerecht. Die einen können einfach besser mit so einem Sommer rumgehen und die anderen ein bisschen weniger. Fair ist es nie. Also wenn Menschen gegen Menschen antreten, wird jemand immer Vorteile haben, aufgrund von Körpergrösse, Muskeldichte, Herzvolumen, Herkunft etc. Könnte ich verhindern, dass Menschen sterben müssen, dass sie sehr krank werden? Ja gut, Herr Schäuble, aber wir können es probieren, oder? Nützt es nichts, so schadet es nichts. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder zu mitten drin. In dem Ding. Es kommt ja jedes Jahr wieder. Und jedes Jahr käme ich mir gleich rein ins grosse Loch. Ins Sommerloch. Sommerloch oder wie ein altes Schweizer Bauern sprichwort Zeit. Ach du mein Gottchen, was ist denn das wieder für ein Scheiss? Äh, nein, Entschuldigung, das war nicht das Sprichwort. Das da habe ich gemeint. Früh oder spät werden wir alle mit dem Virus in Kontakt kommen. Nein, Herr Bersin, nein, Sie wirklich nicht. Nein, wirklich. Äh, die Bauernregel da habe ich gemeint. Nützt es nichts, so schadet es nichts. Ja, es stimmt, jedes Jahr kommt es wieder von Neuem und jedes Jahr fragen wir uns wieder, was ist eigentlich der Nutzen von so einem Sommerloch? Nützt es nichts, so schadet es nichts. Ja, ist gut jetzt, Peter, halt mal die Schnarre. Wo sind wir gewesen? Musik, tanzen, happy Leute. Ist ein Sommerloch einfach ein nötiges Nütchen im Zentrum der Jahreszeiten-Villisauer-Ringli? Oder ist es eine unnötige Zwangspause? Ist ein Sommerloch ein gern geseheniges Verschnaufbänkchen in der Mitte der Wanderung zum Endjahresgipfel? Oder ist ein Sommerloch ein schattiges Plätzchen vom Weltgeschehen? Oder ist es einfach nichts anderes als eine bierenweiche Wachstumsbremse, die alle Bemühungen vom Frühling wieder bremst? Also, Fachkundiger hätte selbst ich das nicht einordnen können. Also ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ein Sommerloch ist, egal wie man dazu steht, für viele einfach ein Teil der Realität geworden. Ein Nachbar. Das ist für uns ein wichtiger Nachbar und Partner. Ja, 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 Rhabarber, Schwafel, Laber, Schwätz, Schwafel, Schwurbel, Trala. Hey, sorry, Peter, 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 kannst du mal aufhören, drinnen? Du hast deine eigene Radiosendung auf einem anderen Sender, okay? Ja, ja, ja. Natürlich, wir müssen lernen, mit dem Sommerloch zu leben. Aber die Leere, die Stille von diesem Loch stellt uns immer wieder vor existenzielle Probleme. Stille ist bedrohlich. Dann sind wir nicht mehr im menschlichen Leben und dann wird es für uns gefährlich. Ach du mein Gottchen, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, Peter, da merkt man, einer halte die Stille nicht aus und das bist du. Was machst du in meiner Sendung? Ich habe gemeint, du seist schon längstens pensioniert. Was ist denn das für ein Scheiß? Bist du nicht in den Ferien? Geh mal wieder in den Laubsägelicheller. Wo sind wir gewesen? Wir dürfen aber nicht übermütig werden. Nein, Herr Berset, nicht Sie, nicht schon wieder, Sie haben Pause. Ja, Stille aushalten ist ja auch mal etwas Schönes. Aber da gibt es halt einfach Probleme. Es sind einfach zu viele Menschen unterwegs. Das Schöne am Sommer noch ist doch zum Beispiel gerade, dass man, wenn man auch für nur kurze Zeit nicht muss, am Bundesrat Berset zuhören, wie man neue Massnahmen verkündet. Ich meine, nichts gegen den Berset. Aber ich weiss nicht, wie es Ihnen geht. Mir persönlich hat sich nach eineinhalb Jahren Pandemie die Stimme vom Berset konditioniert, eingebrennt als eine Art mühsame Alarmanlage. Ich glaube, dieser Öffnungsschritt ist ein grosser Schritt. Wenn ich die Stimme vom Berset höre, löscht es mir gerade ab. Ich meine, er hat einen guten Job gemacht, aber ich habe dann immer das Gefühl, wenn ich ihn höre, okay, jetzt kommt er wieder und vermisst er wieder die Ferien. Auch dieses Jahr mit der Aufhebung der Massnahmen, es ist mal zu rechnen mit einer Corona-Welle. Ja, 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 Schwafel, Schwurbel, Tralala. Ja, Sommerloch hin und Peter Schneider und Alain Berset her. Aber die Frage in der Schweiz bleibt, inwiefern darf man so ein Sommerloch auch politisch instrumentalisieren? Ja, die einen wollen das Sommerloch mit Regenbogenfarben anmalen. Die anderen wollen es mit einem Genderstern versehen. Die einen wollen, dass es endlich im Militärdienst geht. Und die anderen wollen, dass es sich erst mit 65 pensionieren lässt. Man muss einfach auch mal sagen, man hat es nicht einfach als Loch in der Schweiz. Wir dürfen aber nicht übermütig werden. Die Lösung wird wahrscheinlich irgendein schweizerischer Kompromiss sein, natürlich. Wir werden das Sommerloch zwar stehen lassen, auch im Herbst und auch im Winter, aber bis zur Hälfte mit allen sensiblen Daten füllen, die wir sonst an den Chinesen auf Alibaba verschärbelt hätten. Und wir gehen den Bundesrat Berset ins Sommerloch hinein. Und Peter Schneider gab noch dazu. Als Zapfen. Wir dürfen aber nicht übermütig werden. Nützt es nichts, sonst hat es nichts. In diesem Sinn, ein gutes Miteinander. Vettas Töne Mit Gabriel Vetter In diesem Sinn, ein gutes Miteinander. 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 Vielen Dank.